Mein Name ist Michael Ruppert. Ich bin staatlich geprüfter Gestalter für Raum- und Objektdesign, Schreinermeister und Holstechniker und bin Geschäftsführer für die Schreinereiform in Nürnberg. Wir sind ausgerüstet mit insgesamt drei Leuten, haben einen Gesellen, eine Auszubildende und mich eben als Schreinermeister und für zusätzliche Kapazitäten haben wir noch eine CNC-Maschine. Ich habe schon früh angefangen, mich für das Schreinahendwerk zu interessieren. Mit sechs Jahren konnte ich schon immer meinen Großvater über die Schulter schauen. Der Schreinermeister war hier in einem Betrieb in Nürnberg, worauf eben sehr früh der Berufswunsch Schreiner für mich klar war. Wir fertigen individuelle Einzelmöbel. Der Gedanke ist einfach, Möbel mit einem eigenen Charakter zu bauen, die als Objekt wirklich für sich sprechen. Und diese entstehen halt eben nicht dadurch, dass einfach ein schneller Entwurf da ist, sondern da geht es um viele kleine Details, die das Möbelstück vollkommen machen. Wir können individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen und fertigen Möbel, die für sie gebaut sind, an die sie sich nicht anpassen müssen, sondern die Möbel passen sich an ihre Bedürfnisse an. Wir entwickeln zusammen ein Grundkonzept, machen eine Planung, fangen an die ersten Skizzen zu machen, zeichnen, sprechen das immer wieder ab, bis so zusammen in Zusammenarbeit einfach ein Möbelstück entsteht, das ihren Bedürfnissen entspricht. Also gerade das Finden von Lösungen und Details, die dann wirklich ausgearbeitet werden und sich einfach so entwickeln und immer neue Herausforderungen, die das Handwerk bietet, das ist das, was Spaß und Freude bringt in den Beruf.